Hallo meine lieben Freunde, einen wunderschönen guten Abend und willkommen zu meinem neuen Projekt In the Darkness of the Sea. Ich habe das Spiel, ähm, oh, ein Val, oh wie schön. Naja, wie gesagt, ich habe das Spiel auf, einen Moment, ne, ne, so, den nochmal richtig einstellen. Ähm, ich habe das Spiel auf Steam entdeckt und es sah, ähm, wie soll ich sagen, speziell aus? Ja, speziell sah das Spiel aus. Ähm, äh, äh, ja, ich weiß nicht, was ich dazu sagen soll, die Grafik hat mir recht gut gefallen und, ähm, ich frage mich gerade nur, ob das Spiel auf Deutsch ist, aber das werden wir ja gleich sehen. Ähm, wahrscheinlich nicht, wenn hier Exit steht, aber ey, na, lasst uns nicht mehr reden, lasst uns das Spiel mal ausprobieren. Okay, wir sind ein Männchen in einem Boot. Ah, wir schwimmen schon anscheinend. Kann man da überhaupt was machen oder nur zugucken? Oh, wir haben ein Paddel bekommen. Ah, Slow Down, Croach und, okay. Ah, da kann man ducken, okay. Wir paddeln mit unserem Bötchen durchs Meer, nehme ich mal an. Oh, was war das? Ist jetzt was passiert? Keine Ahnung, ich habe jetzt nichts gesehen. Ah, okay, 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 wir dürfen anscheinend nichts berühren. Ja, langsam, langsam, langsam. Und weiter. Du, du, du. Ah, ich dachte zuerst, das sind Wölfe, aber das sind, ähm, das Gesinge der Wale, was wir da hören. Wir müssen dem anscheinend ausweichen. Oh. Echt jetzt? Wir dürfen nicht mal so einem kleinen Fisch begegnen? Äh, uh, uh. Haha. Hat er sich gedacht, er trifft uns? Oh, oh, oh. Scheiße. Und nochmal. Vielleicht kriegen wir später auch so ein Maschinengewehr oder sowas. Uh. Ach, scheiße. Haha. Ich habe es gewusst, dass der kommt. Oh, oh, zurück, 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 zurück. Stopp. Ah. Jetzt wollen wir zu schnell. Oh, ich habe mich geduckt. Ich schwöre, ich habe mich geduckt. Hm. Wieso können wir nicht nach vorne schwimmen? Kann es auch später sein, dass uns was nachschwimmt? Nein, der hat mich gar nicht berührt. Der war schon unter dem Wasser gewesen. Aha. So, nochmal ducken. Und weiter geht's. Oh, wir sind wieder zu langsam. Nein. Ah. Okay, nochmal. Ducken. Sehr schön. Und weiter. Oh. Nochmal. Ducken. Und bremsen. So, diesmal trifft er uns nicht. Sehr schön. Ich weiß auch überhaupt gar nicht, wie lange das Spiel geht, oder... Oha. 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 Oder, ähm... Ja, was das Ziel von dem Spiel ist, oder... Eine Laterne. Okay. Oh. In die Dunkelheit. Hm. Uiuiuiuiui. Jetzt scheint's ja ganz schön zu stürmen. Hm. Ja, was sollte ich denn da machen? Ich bin da einfach reingeflogen. Wahrscheinlich dürfen wir nicht zu stark runterfallen. Kann das sein? Ja, wir dürfen nicht zu stark runterfallen. Weil sonst das Boot untergeht. Oh, das war knapp, glaube ich. Aber wir schaffen das, Leute. Ich bin ausgebildeter Seemann. Fünften Grades. Oh, ein Wal. Oh, schneller. Nein, nein, nein. Ich darf auch nicht so langsam. Habe ich es geschafft? Ich habe es geschafft. Yes. Oh, guck mal, der Sternenhimmel. So schön. Ich kann nichts machen. Wahrscheinlich muss ich einfach warten. Was ist das? Ein kaputtes Schiff. Mhm. Jo. Wo schaut der hin? Hm. Da wäre wieder ein Wal. Oha. Da liegt eine Leiche im Wasser. Vielleicht lebt er ja noch. Ähm. Leute? Ja. Okay. Gut, ja. Dann war das wohl das Spiel In the Darkness of the Sea. Ich habe nicht gewusst, dass das so kurz ist. Ich habe einfach nur das Bild gesehen und ich fand, das sah von der Grafik her einigermaßen cool aus. Ja, ein nettes kleines Spiel. Einfach schön gemacht. Ich glaube, in dem Spiel geht es einfach allgemein um die Atmosphäre. Nicht so um das Spielprinzip an sich. Hat mir gefallen. Doch, war schön gewesen. Such mal für zwischendurch und werde es auf jeden Fall hochladen. Ich hoffe, euch hat es auch gefallen. Auch wenn das jetzt ein kürzeres Video ist von 10 Minuten. Und ja, wenn es euch gefallen hat, nochmal. Lasst mir doch einen Daumen nach oben da. Oder schreibt mir ein nettes kleines Kommentar. Und dann sehen wir uns sonst wieder zum nächsten Projekt auf meinem Kanal. Und bis dahin wünsche ich euch noch einen schönen Abend. Und bis zum nächsten Mal. Ciao. Tschüss. 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 Vielen Dank.